Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Meinen Kaffee Boah Echt, du hast schon noch meine Eisenachst Äh, meine Eisenachst Ich hab keine Lol, mir fehlt's da Doch hab ich Du meinst die? Und jetzt runter hier Axt auch noch Komm auf mein Grundstück, komm Komm, ich zeig dir den echten Hasen Komm Und jetzt Hier Ich werf sie nach da hinten Oh man Ich hab Blaze-Powser Gepair und wir tauschen Tu's ins Haupt-ME-System und du bekommst Und tu ein bisschen Essen ins ME-System bitte Hab's da hinten hingeworfen auf der Strieße Hä, nein Tu's ins Haupt-ME-System sonst nicht Unverhandelbar Dann nicht Es ist doch schon im Haupt-ME-System Nein Hier geht das aber nicht, dass du machst Ja man, hier geht es nicht Dein Pech Komm auf mein Grundstück Niko Wenn du mir Erde gibst, kriegst du dein Nether-Portal Nein Wie viel Erde hab ich denn Vor allem Vor allem Hier ein Ding Und wenn du das jetzt machst Aktiviere ich es auch Wie viel Erde? So So ein, eineinhalb Ja also ich geb dir einen Block Und ein halb Stacks meine ich jetzt Achso, hast du jetzt nicht Sorge gemacht Der hätte den Dörr noch die Hälfte gesehen War doch hoffentlich so richtig Ach gut Stell dir vor ich hätte jetzt mein Obsidian Äh mir f- Wann Wann doch 14 anstatt 12 Ich mobs mir die mal, okay? Ja mach das Er mobs sich einfach Ich hab... und die hast... Nimm mich auch mal mit Die darf schon nicht nehmen Das hab ich dir nicht eingewilligt Guck doch nach ob ich sie genommen hab Da brauchst du bei mir keine Angst haben Hä ich hab die gar nicht... Jack Ich mein Grundsteck ich darf dich jetzt schlagen Die ganze Zeit Hör auf Stop! Niko! Runter! Alter weißt du Jetzt nicht Weißt du dann nicht Weißt du ich mach das jetzt so was andere im Asus Sim Tschüss Ich hab dich einfach nur geboxt Junge Okay Sooo teleport Du siehst schon was du davon hast noch Du weißt schon dass ich die Erde rein hab 1 1 1 halb Stacks Es sind 1 1 halb Ach und guck mal wieviel Rubber du gleich noch hast Wieviel Rubber wurde Ey das ist geklaut Und wie? Ha du ist scheiße gell Ach stimmt du siehst das ja gar nicht wenn ich das hier rein tue stimmt ja ist doch geil Nein hier hast du wieder Ich hab dir jetzt ernsthaft alles zurückgelegt Bis auf deinen Pornos Die hab ich Auf meiner Festplatte Die hab ich extra gestern verdreifacht Beeil dich mal Komm Wir sehen das verkrackst Junge Ich hab den nur mal einen zu klein gebaut Warte ich muss da einen hoch warte Feuerzeug hab ich ja schon Sprung schaff schon nicht Weißt du wie ich das mach Ja Ich muss mir das ja gleich eh nach außen statt im E-System holen Was ich mach das grad für was für die Stadt Jetzt hab ich mir grad gesagt ist das zu dumm zu besetzen Okay Und ich muss noch den Weg eben hier bauen Warte Warte Ich muss mal eben die Guck mal eben welche Und jetzt muss ich mal eben die Inverted Black Lamps machen Dafür brauche ich Redstone Lampen und Glas Und Glowstone Insects Mobbige ich dich damit leicht Nein bis auch Oh scheiße die hab ich versetzt So guck mal Nico wie ich das gemacht hab So eine Black Lamp dann das parallel ist Darum brauche ich Dirt Haben wir grad Essen geholt Jo ich muss ja eben Das darf ich ja jetzt hier auch cheaten das Dirt Weil das ist ja Ich hab dir eine halb sechs gegeben Junge Hä das ist nur für die Stadt Und das was du gegeben hast halt War ja nicht für die Stadt Ich hab mir ja noch nicht Doch ich hab die Stadt zu sehen wollen Nico ich brauch das aber hier Hier für uns Du hast mir die für mich gefarmt Da hab ich dich ganz freundlich nachgefragt Ich hab mich gezwungen Hä ich hab gefragt Da zwäng ich mich immer So und jetzt Und äh Nico such mal im Kies Äh hier auf dem Boden Außer da Du musst mal im Kies farben gehen okay Wir brauchen zwei Stacks Zwei Bis zum Portal Das war ein Scherz Du weißt schon dass ich äh nur Oh jetzt hab ich mir was Falsches gescheatet Nico Hä? Danke jetzt darf ich die zwei wieder zurücklegen Ich konnte das doch selber du Depp So und jetzt sag bitte 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 Und komm mal her Warte Komm mal her und blass mal an Ja 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 komm her Nico komm her Das spöre ich mir lieber selber ein Hm Ach man Geh mal rein Nein Lass dich wieder raus ich schwör Nein Nico geh rein Du kannst mich bannen wenn du mich da drin löscht Äh ich dich da drin lass Nö Nein Nein Du löscht mich nicht wieder raus das weiß ich Nico das wäre regelverschluss und dafür würde ich in den Knast kommen Genau Dann kommst du wieder mit deinen admin sonderrechten Dann mach ich das Ding jetzt nicht an tschüss Ah mein du mit deinen admin sonderrechten Was genau wie das abläuft Und die Ball Du löscht mich die ganze Folge drin stecken Und die Ball Und die Ball In welche Kamera Oh steht die aufs Vergester Warte Ja dann nicht Chef Doch ich machs Ich hab nur was vergessen Ach und Gas Äh ich hab Difficulty 3 drin Das weißt du Ach weißt du was ich mal machen sollte Ach ne das war nicht F9 Das war F Nicht Man sollte mal das Gefängnis beleuchten Hier spawnen nämlich Creeper drin Geh mal ins Gefängnis Bin drin Tschüss Tschüss Nico Tschüss Nico So warte Nico lass mal Nicht abbauen Weißt du wie ich das jetzt mach Tschüss Warte ich komm wieder Ich komm nicht mehr auf den Server Warte ich komm Ja hier Communication Error This Fucking MCR Server Oho Hehehehe Au Au Silica somas Du hast abgebaut Ich wollte dich ja nicht freilassen Das sollte mir so gut aussehen Du hast gesagt am Anfang noch nicht davon abbauen Hä Das sollte fürs Pre-Intro sein Komm Stell dich rein Stell dich mal rein Stell dich hier rein Ich hab kaum Leben Junge Wenn du mich gerade vorher geschlagen hast Nicht heilig weil ich Essen hab brauch Ja hier Kann man nicht essen Oh warte ich hol was Du darfst ja eh nicht in meinen ME Warte ich hol was Soll ich dir was geben Ja Oh warte das ist in meinem Backpack Warte die muss ich mal ihm holen Du darfst da eh nicht rein bei mir Hä ist hier nicht im Backpack Ich hab auch nichts zu essen Krass dann hol ich mir ein paar Äpfel Guck mal Nico guck mal ob ich ihn in der Hand hab Das war mein einziger Und ich hab mir mal dein Zertus Quarz 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 Gemobst Wieso das brauch ich Dann äh Dann erweitere ich nicht unser ME System mit Autocraft Warte mal Quarz Brauch ich das Brauch ich Quarz Keine Ahnung Wer ist für Applied Energistics nur Ach mein ich brauch Ding aber kein Quarz Zertus Quarz ist nur für Applied Energistics Aber YOLO Ja Mops Mops Du bist als Typ bekannt Hä Warum ich wollte Autocrafting für uns machen Oh ich hab ein Enderman gefunden Mir geht die Ender Perle Ich hab den aber noch nicht getötet Der portet sich nämlich grad die ganze Zeit Ich mach den jetzt kalt Enderman Komm her Komm her Komm her Enderman Enderman Ach genau So mein Typ Guck mal wie ich hier einfach durchgehe So instant tot Äh wir können gleich ne Minium Scherbe der Stadt Jaaaa Ich fick grad den Enderman Du meinst nen schwarzen Mann? Ja Wollt schon immer schon hin oder ich guck aufs Feld Nicht im Meer Ach du geh hinter dir! Der ist da unten Der ist hin Nein der Creeper hinter dir Ja du Schreiche was soll ich lauf das Schild weg Enderman du willst mich nicht mehr verarschen Jungen So ne feige Sau Alter ich war grad hinter ihm Konntest ihn doch nicht Feige Sau Kann man es uns spackern sich anziehen Ja ich kann ihn nicht schlagen Sie ist so feige Ich hab ihn gesehen wo der lange im Gang Da hinten ist er Ähm wollen wir jetzt ins Portal? Der ist da im Hof Darfst du nicht angreifen Der schatz ist schon weiter weg Äh kommst du jetzt bitte? Darf ich anzünden? Ich sende das Portal vor dir an Hä? Nein lass mich anzünden ich will was witziges machen Warte komm her Stell dich rein Nico stell dich bitte rein Ja Haha So ich darf nicht gleich rauslaufen Perfekt Ah und Difficulty 3 ist drin Hab schon mal Iron geholt Hä? Difficulty 3 ist drin das weißt du? Also wenn ich sterb bin ich tot Ja und deine Sachen sind alle direkt weg Sind die Endermesser nicht gleich mal Agro auf ein Wenn ich Endermens Falsche Version Ja Und ich baue jetzt äh ich terraformel mal eben hier vorne ein bisschen was Das besser aussieht Ich find hier Tonnen Iron aber kein Redstone Ich hab doch zwei Stacks Redstone Also ich ja auch aber Ah ich kann mir gleich mal ein bisschen Klösch und Staub mitnehmen Mit Shetty Packy Baum Ich hab schon eins Echt jetzt? Ja Cheater Äh nein das hab ich gefunden Cheater Und Nico? Bring mal ein bisschen Essen aus der Hölle mit Essen? Ja Essen So's geht Zombie Pigman Ich Ich Dann müssen wir nachher noch eine Base ins Vortal bauen Dass die Dinger da nicht rangehen Das töten wir uns Und man kann ja ernsthaft keinen Zombie Brain essen Jetzt hab ich ähs Ohr Und was mach ich jetzt nochmal damit mit dem Ohr Musst du erst im Ofen tun? Oder im Mace Rater Das musst du glaub ich erst im Mace Rater tun Mace Ich bin Hä wie das? Schreib ich das eigentlich mal falsch oder gibt's den nicht? Den gibt's Warte soll ich mal eben? Mit C ich holen Sohn Du hast grad deine Mutter beleidigt Oh schade Scheiße Junge ich bin so dumm Wissen wir Aber nicht so dumm wie du Hä wie? Hä wie? Du meintest doch angeblich im Stadt MI System ist Erde Da hab ich nichts von Ach so war ich das schon in meinem System glaub ich getan Ah eh das Glück halt kommt wieder So hab ich dir schon gesagt dass ich ernsthaft ein halbes Deck ähm Dings hab? Hab ich dir gesagt dass ich gleich einen Mazi hab Und den an die Stadt spende Wen? An die Stadt Hä was hast du denn gleich? Ein Mazi Achso Ach und ich werd ähm Ich werd mir die Power Äh nicht die Power Armor die Dings Armor machen Die die Peter hat Ich hab schon einfach über 6 Charcoal Und warum machst du ein Jetpack? Ich mach mit Draconium Evolution Was kann man da machen? Flügel Kennst du nicht die Rüstung aus Mark? Ich weiß da hat das so rote Flügel Ich weiß nicht wie die heißt Äh ne nicht nur die Die Rüstung meine ich die OP Rüstung Wie heißt nicht die Flügel? Keine Ahnung frag mich nicht Ich bau mir einfach Chatty Packy Hä warum die Rüstung damit kannst du auffliegen? Echt wie heißen die? Oder äh such mal ein Quantum Suit Damit kannst du auffliegen Hä Echt? Damit waren wir doch unbesiegbar Mit Peters Rüstung auch die ich mir bauen werde So also nicht wundere ich äh Terraform ist schonmal ein bisschen hier vorne So ich verlegne ich mein Haus um ein Stückchen nach oben Nico kommst du mal eben? Ich baue mir Messerator Ah ne Flint brauche ich Ich hab genug Kriegst du aber nicht Bist du böse Ich hab nur Flinten Stil Nico? Hä? Du spendest den noch in der Stadt oder? Ja klar Ich brauche 3 Flint Und ich habe Null Ich sollte mal die Difficulty wieder auf eins stellen Hab null Flint Jetzt muss ich nachher wo raus gehen und dann ein Ding suchen Und du musst auf die Meter achten Sonst fick ich dich Ich guck Ist das ja voll lockend an Was ich guck jede deiner Folgen Zumindest von Minecraft Megacraft Damit ich sehe Das ist jetzt unfair Hey warum? Guck auch beide deine Folgen an Ja weil ich guck doch auch zwischendurch Na ich meine ich guck jetzt auf jeden Fall Sobald es kommt Guck ich zum Beispiel die Sachen Die anderen guck ich zwar auch Aber jetzt nicht direkt wenn sie rauskommen Da ich halt nun mal Grad weniger Zeit hab Und ich guck Megacraft um zu sehen ob du irgendwas gegen Regeln gemacht hast Vertraue mir nicht mal Und ich muss wissen was du gemacht hast Ich baue mir gleich zwei Masse drauf Sagen wir gleich mal im Sand suchen gehen zusammen Ja da bin ich da Sagen wir Machen wir dann Hälfte Hälfte Sand Nico machen wir dann Hälfte Hälfte Hi So ich muss mal eben meine Rucksäcke rausholen Ich hoffe ich baue es nicht schon wieder falsch Dann wird das einfach hier hin und her hüpft Und ja zaubern wird auch gemacht und ich hab grad leider keinen Bock Nein aber ich brauche halt noch ein bisschen Sachen Zum Beispiel Ach genau ich könnte mal eben Samen und Eisen Ich mach mal eben das nächste Rezept okay Okay Soll ich das dann danach machen? Wie lange geht die Folge? Äh 17 Okay das geht ja noch So ist das Basic Trend Hab schon zwei Circuits Dann kann ich mir nach zwei Masse bauen Koppel hab ich ja Maschinenblock brauchen wir Und zwei brauchst du theoretisch erstmal nur einen Ich weiß aber ich baue es grad als doppelt dass ich auch meine eigene noch hab Basic Transmutation Hä 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 was ist das denn nochmal? Hä 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 Moment Hä 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 mobs hatte ich guck mal eben erst einmal spawnen ich das zombie creeper das ist das scheiß ich war fünf blöcke von ihm weg nico direkt weg machen ach genau kathos kathos war es dieser goldbecher warte mal eben nico das ist aber auch für heute dann die letzte folge ohne eine noch kommen nein ich kann eine ganze woche keine folgen mehr aufnehmen ich habe auch nicht so viel zeit mehr ich muss mich auch ausmachen so ach nein doch fick dich da bin ich gerade im loch stopfen das sprengt mich so ein teil in die luft fast ich habe er ich habe flint sieben wie brauche ich das loch stopfe später noch zu ja ich mach mal eben noch die also das zu ende ich mache es auf jeden fall wenn ich es vergessen die kommentare bei der nächsten folge nicht vergessen woran merkt man dass meine festplatte voll ist ich glaube ich habe es leider auch nicht scheiße meine festplatte ist voll ist das vorgab gestoß nein zwei fps daran sieht man das sorry für die für die fps einbrüche muss man eben die loggen es nicht daran das gab eine festplatte arsch voll ist weil man sieht ich habe im hauptmini nur noch 10 fps ich tue jetzt mal alles hier rein weil ich bin ja dann sozusagen muss ich nicht mal so lang weg lang weg irgendwas also ich wäre es aber eben noch jetzt 10 fps sorry das ist so leckten ja ist mir gerade egal ich bin nur mal wie fehlt noch ein bisschen was so okay die fps kommen so langsam wieder ja und ich bin auf jeden fall die folge und ich bin auch sofort fertig ich war ja ich bin noch am labern und ja sobald ich ja wieder zurück da an und wieder aufnehmen kann zeug dann meine aufnahme ist glaube ich abgebrochen meine aufnahme ist abgebrochen glaube ich ja aber mir kam ja wenn ihr es wieder zählt vor paar wochen oder so dann ist das sagen bis zum nächsten mal und tschüss ja oder tschau